Servus, ich bin der Adi von Cortex und ich zeige euch jetzt mal, wie unser Studio aussieht. So, das ist unser Ordnungsbereich. Das ist unser Ordnungsbereich. Das ist unser Ordnungsbereich. Das ist unser Ordnungsbereich. Und auch unsere Ordnungsbereich ist der M七. Ich hab die erste土 reasonably in Ordnungsbereich auf den Faskitzel singen. Okay, jetzt machen wir mal. Kannst gerne mal probieren, Kettner. Oh ja. Jetzt ziehen wir mal die Kapuze auf. Das ist doch cool. Also in dem Fall von dir. Solo. Genau. Los, fällt mir mein Essen. Wo ist es gerade drin? Okay. Wie lange noch? Oh, das geht schon gut. Ich glaube das reicht. Nein. Das muss glühen. Ja, ja, ja. Das muss funken. Das stimmt. Ja. 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 Das ist alles, was ich habe. No goodbyes, no thanks, nothing. Come on, and this is all I regret. Every second I will win. Besser? Yeah, a little. That's it, yeah. Der Akku ist fast leer. Der Akku ist fast leer. Für Franks Solo muss das noch reichen. Ist das ein bisschen nah? Nein. Das ist bestimmt das echt voll. Zwei Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Eine davon bist du. Das ist der Fahrer in Urlaub. Kennt ihr den? Der fährt in Urlaub? Ja. Wann? Ja, immer. Jeden Tag. Er ist nur in Urlaub. Du bist sogar gesteckt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Untertitelung des ZDF für funk, 2017